Mal den einen, mal die andere als Favoritin oder zugewandt sein im Wechsel. Wir haben immer wieder bestimmte Menschen, bestimmte Personen oder auch bestimmte Objekte, das kann alles Mögliche sein in der Welt, als sogenannte Favoriten in unserem Sinn. Die mögen wir besonders, in die sind wir verliebt. Und das Verliebtsein ist ja ein Ausschließlichkeitszustand. Und Ausschließlichkeitszustand bedeutet, dass wir nur eben in das eine verliebt sein können. Da ist unsere Aufmerksamkeit, da ist unsere ganze Energie, unsere ganze Kraft, unsere Erwartungen und sonstige Dinge drin. Das ist wichtig, sich darüber im Klaren zu sein. Wenn wir etwas richtig im Verliebtsein, Liebessinne sehen, dann ist da unser Fokus, unsere Aufmerksamkeit. Weil das ist ein Potenzial, das uns absolut inspiriert, das uns erfüllt, das uns trägt, das uns Arbeiten machen lässt, die wir sonst nicht machen könnten, weil eben das Verliebtsein etwas sehr Wichtiges ist. Aber die Natur des Verliebtseins ist eine temporäre Natur. Sie ist keine absolute und immer da seiende Liebeskultur oder Liebesakt oder Lieben. Und das ist oft eine Illusion, der Menschen unterliegen. Sondern sie ist tatsächlich nur, jetzt bin ich verliebt. Jetzt ist es mein Favorit. Jetzt ist es meine Favoritin. Jetzt bin ich vom Wald begeistert. Jetzt bin ich vom Fahrradfahren begeistert. Jetzt bin ich von der Frau, dann von jenem Mann und so weiter begeistert. Verliebt in dem Sinne, Verliebtsein als Grundeigenschaft, unsere Liebesaufmerksamkeit und damit Begehrens- und Leidenschaftsaufmerksamkeit auf unterschiedliche Objekte der Welt zu richten. Das ist hier der Titel, eigentlich der Punkt. Insofern mal den einen, mal die andere als Favoritin. Und das, wie gesagt, bezieht sich nicht nur auf Menschen, sondern auf alles Mögliche, auf Arbeiten, auf Hobbys oder sonstige Dinge, die es so gibt in der Welt. Das heißt, es ist ein Zugewandtsein im Wechsel. Es ist tatsächlich ein Wechsel, weil Verliebtsein hält nicht an. Jeder weiß, dass Verliebtsein vielleicht drei Monate, sechs Monate, wenn es hochkommt, ein Jahr anhält und eben da ist. Und das einen inspiriert und das einen wirklich durch die Welt trägt. Also ich proklamiere hiermit auch, sei immer wieder verliebt in deine Aufmerksamkeit, in deinem Dasein. Wenn du verliebt bist, dann bist du involviert. Und dann trägt dich das. Das ist eine starke, starke Verbindung, die passiert. Aber sie ist, wie gesagt, nicht zu verwechseln mit der Liebe. Und viele Menschen verwechseln das mit der Liebe, auch mit der generellen Liebe als Möglichkeit. Das bedeutet, du kannst nicht jedem gleich zugewandt sein. Das funktioniert nicht. Oft fragt man sich das als Eltern, wenn man Kinder hat. Sagen wir mal, du hast drei Kinder, vier Kinder. Und dann denkst du dir, ich müsste doch alle gleich lieb haben oder als gleiche Favoriten haben. Aber das ist nicht so. Du sorgst für alle deine vier Kinder. Und du gibst ihm die potenzielle generelle Liebesaufmerksamkeit. Das ist ganz wichtig. Aber es wird nur eine einer Dasein, vielleicht zwei oder so, das kann man nicht ausschließen. Aber es ist begrenzt, von denen du eine besondere Aufmerksamkeit gibst. Und dann führt das natürlich in der Folge zu Geschwisterrivalitäten oder all dem. Das ist vollkommen normal und wichtig in der Naturgeschichte, weil wir tatsächlich nur in der Lage sind, dieses Potenzial in der Einseitigkeit zu verwirklichen. Weil ja auch die anderen deswegen geliebt werden, um das wieder auf die Geschwister zu beziehen. Weil eben deine Aufmerksamkeit auf der einen ganz besonders ist, in die du verliebt bist und von der du fasziniert bist. Und das trägt dich dahin, den anderen auch ihre ihnen zustehende Liebe zu geben. Das ist interessant, sich damit auseinanderzusetzen. Das heißt, immer ist jemand im Vordergrund und andere im Hintergrund. Ich betone nur im Hintergrund. Das heißt ja nicht, dass wir die vergessen, dass wir die bestrafen, dass die nichts wert sind, dass wir die nicht mögen. Das hat ja damit nichts zu tun. Sondern es ist eben tatsächlich nur dieses Verliebtheits-Inspirationsmerkmal, das wir brauchen oder scheinbar brauchen als Menschen. Ich behaupte hier auf Dinge oder ich denke Dinge an, die interessant sein könnten. Und ich bin jetzt an Wahrheiten, weniger Wahrheit, nicht interessiert. Das ist nicht mein Ding. Sondern jeder kann selber sehen, was er daraus macht. Und das ist ja mein Job hier, Inspirationen zu liefern, Gedankenassoziationen, Auseinandersetzungen. Zu Auseinandersetzungen beizutragen. Das heißt also, dieses mal den einen, mal die andere als Favoritin, das wechselt natürlicherweise. Das hat also tatsächlich einen starken Wechsel in Bezug. Und Verliebtsein wechselt immer. Das heißt, ich bin mal mehr in das eine oder in den einen verliebt und dann wieder in den anderen verliebt. Das ist die Natur, das ist diese Wechselnatur, die da passiert. Also in dem Sinn tatsächlich, dass jemand im Vordergrund ist, ein anderer im Hintergrund sind und es dann wechselt. Die Illusion und der falsche Anspruch, stets jedem gut zugetan zu sein, ist verbreitet und wird immer wieder proklamiert und gelehrt. Und daran überborden sich immer wieder Menschen, zu sagen, naja, ich muss ja alle lieben, es ist alle wichtig, die Welt ist gut und jeder ist es wert, jedes Ding ist es wert und allem. Und schon sind wir irgendwo verwässert oder dümpeln irgendwo in einer Oberfläche, die gar nicht so ist, die uns nicht inspiriert und trägt im Sinne des Verliebtseins. Weil wir immer allem gleiche Aufmerksamkeit in einer gewissermaßen einer Gleichmacherei schenken wollen. Und das ist es nicht. Sondern der Wechsel zeigt, dass das ja auch prinzipiell so ist. Also prinzipiell in dem Sinne, dass wir immer von etwas vorübergehend, länger oder kürzer fasziniert sind und sich diese Faszination eben auf unsere Fertigkeit überträgt, überhaupt gut zu sein. Also gut in dem Sinne, dass wir dem Allgemeinen das dann auch geben können. Und insofern können wir auch hier diesen Begriff hineingeben, die Natur der Idealisierung, die ja dahinter steckt, auch dahinter steckt, ist temporär. Ich kann nur etwas für eine gewisse Zeit idealisieren und dadurch verliebt sein im Sinne des Verliebtseins. Und das fasziniert mich. Und eine Idealisierung ist aber nur eine Idealisierung, denn sie ist ja nicht das, was wirklich ist oder was wirklich alles durchdringt, sondern wir brauchen in unserem menschlichen Dasein immer wieder Objekte der Idealisierung des Verliebtseins, damit wir im Leben getragen werden und das Leben dadurch auch tragbar ist und machbar ist. Das heißt, wir brauchen als Menschen wahrscheinlich immer wieder einen Fokus in dieser beschriebenen Art und Weise. Also im Sprung und durchaus im Wandel. Wichtig ist generell, dass wir überhaupt zugewandt sind, irgendetwas, irgendjemand zugewandt sein. Und sei es deine Jeans oder deine Schuhe, die du hast. Also das ist jetzt ziemlich weit gedacht, aber es ist durchaus dann auch so in bestimmten Fällen, dass es so ist oder deiner Uhr oder irgendwelchen Konsumobjekten, die da sind. Und natürlich ist es potenziell besser, das lebendigen Objekten zuzuwenden, also einer Landschaft, einer Kultur oder Menschen eben zugewandt zu sein. Aber es können auch tatsächlich vorübergehend Objekte sein, wo ich in der Art meine Aufmerksamkeit drauf habe. Das heißt, wir kennen das alle jetzt familiär. Wir verlieben uns ineinander. Du bist in deine Frau verliebt. Du bist in deinen Mann verliebt. Und aus dieser Liebe entsteht dann ein Kind, hoffentlich auch dann ein Kind als Möglichkeit. Und das Kind heißt du willkommen. Das ist so passiert. Das ist ja auch interessant. Das ist dann sehr schnell außerhalb unserer persönlichen Wolleigenschaften und Willensbekundung. Sondern da passiert ja etwas sehr Starkes, Wundervolles, geradezu Ablaufendes, Biologisches, egal wie man das nennt, oder von Höherem Kommendes. Und dann bemerkst du, wenn das Kind geboren wird, dass deine Aufmerksamkeit, dass die Aufmerksamkeit des Paares jetzt auf dem Kind liegt und nicht mehr in der Liebesbezogenheit des vormaligen Pärchens oder Paars, das ohne Kinder da war. Und daran merkt man schon, allein jetzt aus dieser Natürlichkeit heraus, dass der Wechsel eigentlich in den Dingen drin liegt. Und da ist dann plötzlich die Liebe in dem Kind. Und das Verliebtsein in dem Kind, damit es aufgezogen ist, damit es die ersten drei Monate schafft, dann das erste Jahr und so weiter. Und so wechselt das immer weiter. Dann wird das Kind größer. Und du merkst, das Kind hat überlebt. Und du musst es nicht immer behüten. Und dann verliebst du dich, meinetwegen, wieder in deine Frau oder deinen Mann oder in jemand anders. Vielleicht auch sogar im Geheimen verliebst du dich und favorisierst dann Menschen dann plötzlich. Und bist aber trotzdem noch gut verheiratet in dieser Familie und es funktioniert alles gut und ganz prima. Und da wird keiner verlassen. Und es entsteht da nicht ein irres Wechseln von allem Möglichen, wo man vollkommen chaotisch durch die Welt zieht oder vielleicht sogar promiskuitiv ist. Das meine ich nicht. Sondern es ist eben dieses Gefühlspotenzial des Verliebtseins, das durchaus immer wieder diesen Wechselcharakter hat. Genauso wie unsere Interessen wechseln. Natürlich haben wir zentrale Interessen in unserem Leben, die immer wiederkehren und die für uns etwas sehr Dominantes sind in unserem Leben. Aber ansonsten wechseln Interessen immer wieder. Mal trinke ich den Kaffee, mal trinke ich jenen Kaffee, mal trinke ich Tee und so weiter. Das heißt, es geht immer wieder um das eine, das uns so anzieht. Die eine Person, der eine Wald, die eine, wenn es geht, eben etwas Lebendiges oder Beseeltes in dem Sinne. Und das ist es auch glücklicherweise meistens, bevor es eben zu Konsumobjekten wird. Aber das ist auch eine potenzielle Möglichkeit. Das ist eigentlich wie der ursprüngliche Bezug zur Mutter. Wenn wir das zurückverfolgen, dann ist es eben das eine, das Begehrenswerte, das Symbiotische. Diese Mutter an sich jetzt symbolisierend dargestellt oder metaphorisch dargestellt. Der ursprüngliche Bezug, die ursprüngliche Beziehung, die Bindung zur Mutter, zur eigenen Mutter. Da liegt die Kraft drin, wenn ich es jetzt in der Geschichte eines Menschen auf die Biografie bezogen betone, in der Formation. Da waren wir auch verliebt. Da blieb uns gar nichts anderes übrig und der Mutter auch nicht. Das heißt, Liebe braucht generell Liebesobjekte, wie gesagt, ein Liebesfokus ihrer Manifestation, um einfach dinglich zu werden, um begreiflich zu sein, um wirken zu können, tatsächlich die Wirkung zu entfalten. Und insofern kann ich nur in eines verliebt sein oder immer wieder in eines verliebt sein. Also von dem Begriff Eins, und Eins ist ja alles eigentlich auch, das steckt ja dahinter. Und das wiederum, das ist wichtig, überträgt sich wiederum auf andere. Erst dadurch kann ich andere Menschen und andere Dinge und mich selber dann auch letztendlich lieben, weil das Verliebtsein etwas Rudimentäres ist. Und das heißt, wir sind zugewandt und dann wieder losgelöst, zugewandt und losgelöst. Und da kriegen wir eine Lebenserfahrung, da kriegen wir eine Liebeserfahrung im Leben. Und es macht uns eben dann als Menschen aus. Mal den einen, mal die andere als Favoritin. Zugewandt sein im Wechsel. Zugewandt sein im Wechsel. Zugewandt sein im Wechsel. Zugewandt sein im Wechsel. Zugewandt sein im Wechsel.